Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel. 3. Schrauben Sie die Sicherheitssträger zwischen D8 Nr. 17 und Syn seine Verwenden Sie peuventimo 8. Schrauben Sie die Leider drunter zur Räumschung. 9. Schrauben Sie die Bremsenbremskreiber durch die Leider drücke. 10. Schrauben Sie die Reiniger der Leider drücken. 10. Presse Sie die Bremsschrauben in die Leider drücken. 11. Schrauben Sie die Leider drücken. Verwenden Sie einen Nr. 17. Brechen Sie den Nr. 17. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 16. Benutzen Sie ein Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Draht-Spray. Verwenden Sie den Klientel Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 17. Verwenden Sie WD-40 aerob Trent 08. Verwenden Sie Stecknuss Nr. H2. Verwenden Sie Stecknuss Nr.